ja willkommen mein namen ist daniel p und ich begrüß euch zurück zu let's play kingdom h2 final mix ich stehe auf das schöne bild o gott sei sehr schön wenn die zeichnung sind als kunstlehrer würde ich auf jeden fall keine 1 geben obwohl es ist mehr so abstrakt also ich habe keine ahnung von kunst in der letzten folge haben wir das herrenhaus betreten aufgesucht wir haben 97 prozent unserer erinnerung anscheinend wieder oder irgendwas 97 prozent ist komplett und ja wir werden vielleicht auch vielleicht noch nicht verschwinden aber namen gesagt wir werden nicht verschwinden wir werden wieder ganz und dann bauen wir einen marken und dann tun wir eine alien zivilisation gründen irgendwie so was wir haben eine zeichnung von namen nähe bekommen was wir damit aber anfangen okay wissen wir noch nicht ich habe jetzt mal auf eine portion heitern kann man auch zwei aber ich habe drei aber ich kann zwei benutzen alles klar so machen wir mal etwas zeige war das herzlose zeichen habe ich ohne warte okay oh mein gott ja okay ich müsste starr auf dem boden sein elikon keine ahnung so truhe ich auch mal ausrüsten alle fälle oder nicht weil ich kein platz hat so ein kleines ausgerüstet aber ein burscht eigentlich nicht so 3 h pauschen baum aber wirklich nicht überhaupt hier haben wir eigentlich ich möchte mal nachgucken wo schon zu 40 heilen da ist das zocker pc wollte ich auch mal einen neuen ich habe keine ahnung davon die organisation 13 allen ihren mitgliedern sogar roxes Why? Why do you have the Keyblade? Shut up! It's not Annamie... Will it work? If we can maintain the simulated town until Namine finishes chaining together Sora's memories Was wird mit Roxas passieren? Er hält die Hälfte von Sora in ihm. Im Ende muss er zurückgeben werden. Bis zum nächsten Mal, er braucht eine andere Persönlichkeit, um seine Pursuers wegzunehmen. Schöne Sache. Es ist der Geist von niemandem. was zum nächsten Mal ist es noch. Der wird das nicht bestimmt gewusst. Du solltest die Hand, der Hälfte von der Hätten, den Sie gefeiert haben. Die Hälfte von den Hätten oder in der Gäste, den Sie zu ungelassen. den Sie zu verbreiten. die ihrer помогen. Sie werden sich mit einem der Gerhäte aufgegriffen. Die Hätten, die wird übergemacht. Sie werden sich mit einem Gräte kauft. Deshalb zusammengehebe das Maaten und ihre Brotomen. Sie werden sich mit dem Wunerfalt. Sie werden sich mit meinen Zipfalten. oder arbeit wie wir es jetzt hier rauskommen so wie das mitbekommen ist er ja immer noch in dieser virtuellen welt so wie er es gesagt haben dann gehen wir mal hier ein das war schon noch mehr mysteriöse feinde gegen 1000 mal entschuldigung ja ich bin ein bisschen mehr an das kraft abverkauft ist eigentlich besser jetzt mich so dabei nachdenke längerer sicht so nicht anfassen war das einmal daneben die fischer sind gefährlich auf die kann ich wiederholt draufkippeln das macht das 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 mal raus ja 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 also wir bestimmt fertig oder auch nicht offensichtlich warum sagt er dazu komisch 2 es ist ein fakt weil auch zwei dinger zwei schatten die musik kennt man ich glaube ich habe jetzt mal auch schon gesagt da ich habe sternen frei und wenn man was willst du hin ich kann richtig damit zu klopfen dann kann ich den gemacht mal was war ja hier ja geblieben ja geblieben ich kann gar nicht in luft einsetzen mit vierkmal stehen ja aha soll mich noch was erinnern was ah ich bin mir auch nochmal sicher wuff mit dem feuer ich rauch nicht aber ist ja schon leicht tot ausgezeichnet zweiter boss kampf ich werde so erraten was rox das jetzt denkt jetzt läuft jetzt sehen you get on their bad side and they'll destroy you no one would miss me that's not true i would axel let's meet again in the next life yeah i'll be waiting just because you have the next life was hat es ja wenn wir eins nein die kraft der nun bleibt verhindert das eintreten noch im hinderung da habe ich jetzt schon wieder da komme ich ja ok guck mal mal da aber okay die später auf ein wahrscheinlich schläft hier schläft hier also das können sie immer noch benutzen der strom scheint zumindest eingeschaltet sein herzige worte mich zu welchen zweck und das war so wie niemand vor allem hinter dem schloss das erwachen schlafen gegangen warum sind wir jetzt weil wir ja ja die normen den kämpfen Leute ich schläft schlafen sie 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 Und dann zerstören Organisation 13. Warum? Wer bist du? Ich bin ein Servant des Weltes. Und wenn ich ein Servant ist, dann solltest du dir selbst ein Werkzeug sein. War das... War das zu sein, dass das ein Geil ist? Weil ich nicht lachen! Meine Entschuldigung. Das ist nur eine Datenbasierte Projekte. Das ist auch eine Datenbasierte Projekte. Ich liebe dich so sehr. Du solltest mit Sora sharen. Er ist viel zu schön für seine eigenen Worte. Nein! Mein Herz gehört mir! Sora... Du bist glücklich. Es sieht aus wie meine Sommer-Vacation ist... Over. Und damit beginnt Kingdom Hearts 2. Final Mix. Nach... Acht Parts. Zwei Stunden langes Intro. Okay. Ne? Und damit darfst Mickey... Genug, dass der Imperial Marsch im Winter unten läuft, nachdem er so... was ihm zugegangen ist. Zora! Wer ist da? Zora! 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 Wake up! Zora! Zora! refre, mach mal! Hat er ralsagen aufein, davonじゃあ ich habe gerade, dieuzzeregelseue, crypto und bringe das auch sehrtitel in Form zerstört bin? mortalityfBecause! doraura! ja schau dich mal so was haare an die sind folge an der warte sehen immer so sie soll das wenn die erinnerung wieder intakt get rekt so wie wir sie lieben und kennen ha 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 ausgezeichnet was haben wir alles so hat die gleichen sachen wie rox hast du das ist merkwürdig was hat donald blitz und vita die zwei wichtigsten dinge schon am anfang an wo wir streichern alte wo ist ausgezeichnet das elventuch haben wir immer noch die portions die kann jetzt mal schön abdrücken jetzt sowieso jetzt ein jahr als schlappen statt so eine gute idee ist die noch zu benutzen ok doch hat keinen champion gut haben weil er ist der champ tagebuch haben wir jetzt aber wenn man später falls man auch nach dem hat stellen das wäre was habe ich gar nicht da reingeguckt glaube ich kannst es an den stadt der mitgehrer der gruppe von auch nie aus einsehen aller bild ist von roxas und die taler wurden dann sogar weitergegeben stimmig tagebuch in der teile besser darauf was es nichts zu tun ist und einträge zu vergangene eignissen gar nicht schön wir haben es so eigentlich wieder ich habe eine portion nein muss eine portion da reinpacken ein portion hallo welcher im bach auch noch niemand ich habe was zu erledigen lassen mieter spieler ausgezeichnet dann aber dann mal endlich unseren hauptkrater in er jeder gewünscht hat kann ich so speichern verdammt ich werde zurück zum herren aus so kurz wieder in einem tiefen schlaf wollen wir sollten ohnehin prüfen was das hier für dort ich bin richtig aufgeregt nach so lange geschlafen vielleicht bist du noch ganz beides vor keine sorge wenn du nicht bereit war es was zu tun ist sie in james tageboden habe ich weiß von speichern ist genau ein finger binde des talen das ist wahrscheinlich doch aufpassen in dem spiel und die drei grübeln es ist ein merkwürdiges bild was ist das war was ihr das war was ihr das war was ihr oh sorry oh wehrs sora donald pam goofy hey there sora donald goofy we just met someone who was looking for you sure seemed in a hurry he had a black coat on so i couldn't see his face but he had these big round years von den 10.000 leuten über kennen die so aussehen könnte es ja wir kennen nur eine person wie so aussieht das ist von was du da redest aber das speichern wir eins nach dem anderen mann okay dann würde ich sagen ich kann den party entwenden wenn sie uns hat in der nächsten folge let's play kinder war zwei feine wächst habe ich darauf irgendeine weise gefallen oder nicht gefallen hat dann tut das doch mit einem daumen nach oben aber nach unten ausdrücken weil sie irgendwas anderes sagen wollt dann tue einen kommentar schreiben ich weiß nicht keine sorge außer er wollte es und wenn euch das video ganz sehr gefallen hat und ihr weiter auf laufenden wollen wollt dann abonniert doch den kanal würde mich sehr freuen und euch wird es vielleicht auch freuen niemand wird was verlieren deswegen bin wegen situation jedenfalls ich bedanke mich alles zuschauen wir sehen es war für let's play king war 2 final mix tschüss